Herzlich Willkommen Kryptofreunde! Heute habe ich was richtig geniales für euch, für alle die sowieso sehr viel laufen, aber auch für alle Sneakerheads da draußen, die Schuhe sammeln und sich hier gut auskennen. Ich möchte euch heute gerne Egglet vorstellen und so viel möchte ich schon mal vorweg nehmen. Ihr müsst hier keinen Cent investieren. Wir versuchen einfach jetzt zu profitieren, wenn dann später Krypto implementiert wird. Und da ja viele von euch auch mit Steppen oder Step App oder was es alles so mit Move-To-Earn bereits schon gibt, eh schon viel unterwegs sind draußen, ist Egglet hier die perfekte Erweiterung, weil wir das Ganze einfach im Hintergrund laufen lassen können. Aber das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr verpassen möchtet über NFTs, Play-To-Earn, Move-To-Earn oder alles was sonst noch so kommt, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da, ich freue mich riesig über euren Support. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Ich habe jetzt hier schon mal Egglet geöffnet und zwar werde ich gleich mein iPhone mit meinem Bildschirm verbinden für euch. Ich zeige euch das direkt mal in der App. Ihr könnt das Ganze im App Store, aber auch im Google Play Store downloaden. So sieht die App dann eben aus. Wie ich es eben schon mal erwähnt habe, geht es um Sneakers. Vorher können wir uns mal ganz kurz Twitter anschauen. Wir haben hier 44.600 Follower momentan. Das Projekt gibt es tatsächlich schon eine halbe Ewigkeit. Also es gibt hier wirklich User, die schon seit über einem Jahr dabei sind. Da hatte das Ganze aber mit Krypto noch überhaupt gar nichts zu tun, muss man erst mal sagen an der Stelle. Der erste NFT Drop kam jetzt eben am Sonntag. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kommt der nächste NFT Drop am 21. Mai. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich verlinke euch die Twitter Seite auch wieder in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch das Ganze einfach auch gerne mal anschauen. Wobei ich aber sagen muss, hier ist erstmal gar nicht so mega viel Interessantes für uns dabei. Aber wenn wir uns gleich die App ein bisschen genauer anschauen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch auf jeden Fall auch angefixt ist. Dann würde ich sagen, ich springe jetzt an der Stelle schon mal direkt in die App. So, ich habe jetzt die Aglet App geöffnet. Was ist jetzt Aglet überhaupt? Letztendlich ist es eigentlich einfach nur ein Schrittzähler. Wir können hier mal schauen. Ich habe momentan 15.000 Schritte gemacht. Ich benutze diese App tatsächlich auch erst seit gestern. Also die 15.000 Schritte habe ich tatsächlich gestern schon wirklich erreicht. Und wir bekommen hier Rewards anhand von verschiedenen Stufen. Also beispielsweise nach den ersten 1.000 Steps, nach den ersten 2.500 Steps, dann nach 5.000, nach 10.000, nach 15.000, 20.000 und so weiter. Und hier können wir jetzt auch sehen, ich brauche jetzt noch 4.594 Steps, um eben die 20.000 zu erreichen. Dann erhalte ich wieder eine neue Sneakerbox. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das eben aussieht. Wir können jetzt hier mal so ein paar Schuhe sehen, die ich jetzt momentan habe. Zwei Schuhe habe ich mir tatsächlich gekauft. Den Rest habe ich alles als Rewards erhalten. Die Schuhe, die ich gekauft habe, haben mich nicht viel gekostet. Ich wollte es eigentlich einfach nur mal ausprobieren. Wir haben hier die Möglichkeit, solche Coins zu kaufen. Das war eigentlich eher mal ein Test auch, den ich machen wollte fürs Video heute. Also wenn wir hier unten draufklicken auf dieses goldene Symbol, dann öffnet sich hier so eine kleine Vorschau. Wir können diese goldenen Aglets kaufen. Beispielsweise 5 Stück für 99 Cent. 440 für 4,99, 250 für 22,99 und 1300 für 99,99. Das ist aber erstmal überhaupt nicht nötig. Also das brauchen wir wirklich gar nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt einfach mal hier so ein 250er Pack von diesen golden Aglets geholt. Aber ihr seht, ich habe immer noch 90 übrig. Wenn wir jetzt mal auf so einen Schuh klicken, dann können wir sehen, dass jeder Schuh hier so eine Earn Rate hat. Und zwar würde ich jetzt mit diesem Schuh hier tatsächlich nur 3 Aglets pro 1000 Steps verdienen. Das ist ein extrem schlechter Schuh. Ihr habt einen eigenen Avatar und diesen Avatar rüstet ihr quasi mit einem Schuh aus. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Schuh, mit dem ich momentan laufe. Auch dieser Schuh war einfach ein Reward. Also ich habe den tatsächlich wirklich, ich glaube für die 15.000 Schritte Marke habe ich den erhalten. Und ihr könnt hier direkt sehen, ich bekomme wirklich 210 von diesen Aglets pro 1000 Steps. Also das ist schon ein sehr guter Schuh. Wir haben hier verschiedene Klassen. Es gibt Tier 0 bis Tier 5. Je niedriger das Tier ist, desto besser ist es letztendlich auch. Und was man aber hier auch beachten muss, ein Schuh hat keine ewige Lebensdauer. Ihr könnt jetzt hier sehen 94%. Das ist sehr positiv, weil ansonsten würde man ja nur einen guten Schuh beispielsweise kaufen oder vielleicht auch mit Glück einfach erhalten. Und den könnte man dann ewig lang einfach laufen und hätte kein Interesse mehr daran, weitere Schuhe vielleicht noch zu kaufen. Also so ist die Möglichkeit eben gegeben, dass man wirklich auch weitere Schuhe ausrüsten muss irgendwann mal. Wenn wir uns jetzt hier mal die Startseite anschauen in der App, dann können wir auch direkt sehen, dass hier auch Wetter implementiert ist. Und zwar gibt es ja eben verschiedene Schuhe und jeder Schuh hat auch so ein bisschen verschiedene Merkmale. Wenn es zum Beispiel draußen tatsächlich stürmt oder sehr schlammig ist, dann würdet ihr hier mit diesem Bonus mehr verdienen, wenn ihr beispielsweise mit einem Stiefel oder mit einem Wanderschuh oder sowas lauft, wie jetzt hier mit so einem Sneaker, der eher für gutes Wetter geeignet ist. Also das ist auch schon mal eine coole Sache. Man muss natürlich hier auch sagen, ihr müsst nicht draußen laufen. Ihr bekommt auch die Rewards ganz normal, wenn ihr drinnen lauft. Also beispielsweise stürmt es und regnet es draußen. Ihr seid Lagerist von Beruf und lauft extrem viel beispielsweise. Dann erhaltet ihr trotzdem natürlich die Rewards, auch wenn ihr in der Halle lauft und nicht außerhalb. Das ist auch sehr, sehr cool. Bei Steppen beispielsweise muss man ja wirklich außen laufen. Ich habe jetzt momentan dreieinhalb Tausend von diesen Egglets eben verdient. Aber was kann ich jetzt eigentlich mit diesen Egglets machen? Und zwar können wir jetzt hier mal schauen. Es gibt einen eigenen Marketplace. Also es gibt einen eigenen Marketplace, wo die User ihre Schuhe anbieten und verkaufen. Aber es gibt auch einen Shop. Fürs Video kaufe ich jetzt mir hier einfach mal einen Schuh. Und zwar können wir jetzt hier mal sehen, dieser Adidas Superstar 82 White Red. Der kostet mich jetzt hier nur 120 Egglets. Ihr habt ja gerade gesehen, wie viel ich schon mittlerweile verdient habe an einem Tag. Man muss jetzt sagen an der Stelle, der Schuh wird mir wahrscheinlich gar nichts bringen. Der hat eine extrem schlechte Earnrate, der ist Tier 5, also der bringt mir eigentlich nichts. Schaut aber cool aus. Und fürs Video kaufe ich mir den jetzt einfach mal, damit ihr mal sehen könnt, wie das dann eben aussieht. Also ich klicke hier einfach auf Buy. Dann fragt er mich nochmal, möchte ich das wirklich kaufen? Yes, buy now. Und so sieht es dann eben aus. Hier zweimal anklicken. Man erhält jetzt hier eben so eine Schuhbox. Und dann kann ich die einfach auf Seite schieben. Und habe jetzt meinen Adidas Superstar erhalten. Also einen weiteren Schuh, den ich in mein Regal stellen kann. Auch das macht irgendwie ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Ihr seht jetzt hier, der wurde jetzt quasi meinen Schuh hinzugefügt. Und was ich jetzt hier beispielsweise auch extrem cool finde, das sind nicht irgendwelche fiktiven Schuhe, sondern das sind wirklich reale Modelle. Also es gibt ja wirklich die Adidas Superstars. Oder hier beispielsweise habe ich Essex gekauft. New Balance. Es gibt auch Balenciaga zum Beispiel. Also das finde ich auch richtig cool. Hier dieser Adidas Cheesy Schuh hat beispielsweise eine Earnrate von 65 pro 1000 Steps. Ist jetzt nicht mega gut, aber auch nicht ultra schlecht. Dieser New Balance Schuh beispielsweise hat auch eine sehr, sehr gute Earnrate. Den habe ich mir jetzt beispielsweise einfach mal gekauft. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Man muss es überhaupt nicht machen. Wenn ich jetzt diesen Schuh beispielsweise ausrüsten würde, würde ich für 1000 Schritte 245 Egglets verdienen. Dann schauen wir uns mal kurz den Marketplace an. Also das ist jetzt eben der Marketplace, auf dem die User ihre Schuhe anbieten. Ihr seht jetzt hier manchmal Schuhe, die eben für diese Golden Egglets angeboten werden. Und ihr seht Schuhe, die man mit diesen ganz normalen Egglets, die man erläuft, auch kaufen kann. Wir haben hier auch einen Filter. Also wir können auch beispielsweise auswählen. Wir wollen nur Tier 0 bis Tier 3 vorgeschlagen bekommen. Wir können hier auswählen, was darf der Schuh maximal kosten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auswählen, es soll mir nur Schuhe anzeigen, die ich mir auch tatsächlich leisten kann. Dann was für eine Earnrate möchte ich haben. Ich möchte mindestens eine Earnrate von sagen wir mal 83. Das ist jetzt erstmal egal, einfach nur als Test. Dann möchte ich einen Schuh, der noch nicht repariert wurde. Und ich möchte einen Schuh, der nicht beschädigt ist bisher. Dann klicke ich auf Show und er zeigt mir alle Schuhe an, die jetzt eben für mich in Frage kommen würden. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich habe ja noch 90 Golden Egglets zur Verfügung. Und es ist jetzt hier kein Schuh dabei, der teurer ist an dieser Stelle. Warum zeigt er mir jetzt momentan keine anderen Schuhe an mit den normalen Egglets? Einfach, weil ich noch nicht viel habe. Je besser die Schuhe sind, desto wertvoller sind sie logischerweise auch. Beispielsweise jetzt hier dieser New Balance Schuh kostet jetzt 51 Golden Egglets und hat eine Earnrate von 140 pro 1000 Steps. Das ist auch auf jeden Fall nicht schlecht. Also schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Ihr könnt hier nichts kaputt machen. Und ihr müsst auch überhaupt keine Schuhe kaufen. An der Stelle jetzt erstmal auch nicht mit euren verdienten Egglets. Weil ihr erhaltet ja Rewards in diesen verschiedenen Stepstufen, was ich eben schon mal gezeigt habe. Also man erhält wirklich auch sehr, sehr schnell Schuhe. Und jetzt möchte ich euch auch gerne nochmal einen Weg zeigen, wie man auch noch Schuhe erhalten kann. Auch das ein sehr cooler Move. Und zwar hat man hier auch die Möglichkeit, tatsächlich so ein bisschen wie bei Pokémon Go in der realen Welt quasi sich Schuhboxen zu holen. Also ihr seht hier so verschiedene Symbole auf der Map. Das ist jetzt alles bei mir in der Umgebung. Und ihr habt jetzt wirklich tatsächlich die Möglichkeit, da hinzulaufen oder auch natürlich hinzufahren. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Und eure Schuhbox abzuholen. Also auch hier könnt ihr Rewards erhalten. Also ihr könnt hier die Gegend scannen. Alle 48 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, erneuern sich hier die Standorte. Also so könnt ihr auch nochmal Schuhe erhalten. Richtig cool. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt im Dashboard von der App unsere Step History anzuschauen. Also ihr könnt jetzt sehen, am 16. Mai habe ich erst begonnen mit Egglet. Also ihr seht, ich stelle euch das Projekt sofort vor, nachdem ich meine erste Erfahrung damit gemacht habe. Einfach, weil ich es richtig cool finde. Ich habe am 16. Mai 15.253 Schritte gemacht. Heute seht ihr, ich nehme das Video vormittags auf. Habe ich bisher erst 153 Schritte gemacht. Zumindest 153 Schritte, bei denen ich mein Handy in der Hand hatte. Später werde ich natürlich mehr Schritte machen noch. Und das ist eben das Coole. Also ich muss jetzt nicht wirklich rausgehen. Sondern es werden hier einfach Schritte gezählt für jeden Schritt, den ich mache. Egal was ich mache, ob ihr im Haus lauft, ob ihr viel auf Arbeit lauft, ob ihr jetzt Sport macht und Joggen geht. Völlig egal. Ihr erhaltet hier Schritte und dafür erhaltet ihr Rewards. Was ich euch auch noch gerne kurz zeigen möchte. Es gibt hier auch verschiedene Kollektionen. Also wir können jetzt hier mal sehen. Ich habe mir bewusst einfach mal alle Starter Sneakers gekauft. Die waren sehr, sehr günstig. Also im Schnitt glaube ich um die 100 oder 200 Egglets. Also was man wirklich mit ein paar Schritten schon verdient hat. Ich wollte jetzt einfach mal sehen, wie das dann aussieht. Ich habe tatsächlich hierfür aber keinen Reward erhalten. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann können wir hier so einen kleinen Text lesen. Und alle Schuhe, die ich jetzt hier eben erhalten habe, die dieser Kollektion angehören. Wir haben auch die Möglichkeit, im Marketplace nach verschiedenen Modellen zu suchen. Also wir können jetzt hier beispielsweise mal draufgehen. Wenn wir jetzt mal hier diese Kollektion anschauen, dann sehen wir jetzt hier diese sechs Typen. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise nach diesem ZX 2K Star Wars schauen wollen, dann geben wir das einfach beim Marketplace in der Suchleiste ein. Und dann sehen wir, was der kostet. Wenn wir jetzt hier auf mein Profil klicken, dann können wir sehen, es gibt im Hintergrund hier auch so ein Schuhregal. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Schuhe auch zu platzieren. Auch das, ja, so ein bisschen Spielerei einfach mal. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich klicke jetzt einfach mal drauf und jetzt seht ihr, okay, hier ist direkt noch ein anderer Schuh mit drin. Den kann ich auch noch mit ausrüsten. Den auch noch. Den auch noch. Also quasi so ein bisschen digitales Sammeln von Schuhen. Irgendwie cool. Ihr könnt hier einen eigenen Avatar kreieren. Zugegebenermaßen hat man jetzt hier nicht besonders coole Möglichkeiten, den Avatar cool zu gestalten. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Da habe ich auch nicht wirklich viel Zeit rein investiert. Aber ist ja erstmal völlig egal. Wir können auch hier direkt jetzt sehen, ich besitze momentan elf Sneakers. Habe momentan ca. 3000 von diesen Egglets. Und bin 15.400 Schritte gelaufen seit 15. Mai, seitdem ich diese App eben nutze. Bevor wir jetzt darauf eingehen, was das Ganze mit Krypto eigentlich zu tun hat und warum wir das überhaupt machen, möchte ich euch hier noch ganz kurz gerne was zeigen. Und zwar klicke ich jetzt hier mal auf Invite Your Crew. Und zwar erhält jeder von euch einen eigenen Referral Code, wenn er sich anmeldet. Ich werde meinen Referral Code mal in die Videobeschreibung und in mein Kommentarfeld reinpacken. Wenn ihr euch hier anmelden möchtet bei der App, dann könnt ihr gerne meinen Ref Code angeben. Das ist überhaupt kein Muss. Ihr habt keine Mehrkosten dadurch. Ihr seht hier, was ich dadurch erhalten würde. Also wenn ihr mich dahingehend ein Stück weit unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. An der Stelle aber absolut kein Muss. Ihr könnt es natürlich auch einfach weglassen. Ich wollte es euch einfach gerne mal zeigen. Ihr könnt das Ganze natürlich aber genauso auch machen, wenn ihr jetzt eben andere Freunde eben einladen möchtet. Könnt ihr sie gerne über euren Ref Code angeben. Also wenn die sich sowieso anmelden, dann hat man die Möglichkeit eben, wurde man geworben mit diesem Ref Code oder ist man einfach von alleine auf die App aufmerksam geworden. Ist eigentlich kein Mehraufwand. Aber derjenige, der geworben hat, erhält eben ein kleines bisschen Rewards for free. Das mal ganz kurz zwischendrin an der Stelle. Aber jetzt gehen wir mal darauf ein, was hat das Ganze überhaupt mit Krypto zu tun? Und zwar gehe ich jetzt hier mal in den Marketplace nochmal ganz kurz. Wir können jetzt hier bei Shop sehen, dass ja auch einiges schon sold out ist. Und hier sehen wir einen Egglet One Sketch Sneaker. Dieser Sneaker ist auch anders farbig und wir sehen, das ist ein NFT. Dieser Sneaker hat hier 199 von diesen Golden Egglets gekostet. Also ich sage mal circa 20 Euro waren das. Natürlich ist der relativ schnell sold out gewesen. Ich glaube, es gab auch tatsächlich nur 500 Stück von dem. Das ist das erste NFT, das eben bei Egglet jetzt hinzugefügt wurde. Weitere NFTs werden sehr bald auch noch dazukommen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Dazu muss ich aber raus aus der App. Momentan läuft Egglets noch völlig ohne Krypto. Sehr bald. Wir schauen uns gleich die Roadmap gemeinsam an. Soll aber jetzt eben Krypto implementiert werden. Und man wird dann die Möglichkeit haben, Schuhe via USDC zum Beispiel kaufen zu können. Das ist natürlich für alle, die schon frühzeitig dabei waren, genial. Weil wenn wir jetzt eben schon sehr viele Schuhe gesammelt haben, einfach weil wir ja sowieso uns bewegen draußen, dann können wir sie später mal wirklich für reales Geld verkaufen. Also ihr müsst bedenken, jetzt momentan verdient ihr einfach nur hier eure Egglets. Die bringen euch so gesehen eigentlich nicht wirklich viel. Außer, dass ihr damit weitere Schuhe kaufen könnt. Wenn wir aber ein bisschen langfristiger denken, dann können wir hier wirklich auch Geld damit verdienen. Und wenn hier wirklich auch die ganzen Krypto-Leute darauf aufmerksam werden und hier auch rein möchten, Moveto 1 ist ja allgemein ein riesengroßer Hype momentan. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass hier zum einen die Preise hochgehen werden und zum anderen wir auch viel Geld damit verdienen können, wenn wir eben ein bisschen Glück auch beispielsweise mal haben und coole Rewards erhalten und dann unsere Schuhe einfach verkaufen. Also wir halten fest, in sehr naher Zukunft wird Krypto implementiert. Wir können hier reales Geld damit verdienen, dafür, dass wir uns einfach draußen bewegen. Wir bewegen uns doch sowieso. Also warum soll ich nicht einfach das Ganze im Hintergrund laufen lassen? Es kostet mich ja wirklich nichts. Also ich finde es richtig genial, mir macht es richtig viel Spaß. Wirklich, ich habe es jetzt erst einen Tag genutzt, aber muss echt sagen, das System gefällt mir richtig gut. So, jetzt habe ich mal meinen iPhone-Bildschirm entkoppelt und habe jetzt hier mal noch was geöffnet. Und zwar die Eclet NFT Roadmap. Die ist sehr interessant für uns, weil wir hier einfach einiges rauslesen können, was dann später eben für uns interessant sein kann, um Geld zu verdienen. Wir sind jetzt hier Q2 2022. Da befinden wir uns ja auch momentan drin. Der erste NFT Sneaker ist jetzt eben vor ein paar Tagen gedroppt. Okay, den haben wir verpasst. Ganz egal. Am 21. Mai kommt der nächste NFT Drop und es werden einfach weitere In-Game Airdrops folgen. In Q3 2022 wird hier auch implementiert, dass man die NFTs dann auf dem Marketplace anbieten kann. Also das ist dann schon mal ein Riesenpunkt für uns. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier eine hohe Wertsteigerung auch dabei sein wird. Und wenn wir das hier lesen, kaufe mit Krypto, Eclet NFTs können gekauft werden mit beispielsweise USDC, aber auch mit Ethereum. Das Ganze ist dann möglich im Eclet Shop, aber auch natürlich im Eclet Marketplace. Also ich glaube spätestens hier mit diesem Punkt in dieser Roadmap kann jeder sehen, okay, das Ganze könnte Zukunft haben. Das ist natürlich keine Garantie. Aber ich erwähne es nochmal, wir müssen keinen Cent investieren. Und dadurch, dass sowieso so viele in Movetoern momentan schon investiert sind, ladet euch doch einfach die App runter. Lasst sie im Hintergrund laufen, während ihr beispielsweise eure GST in Steppen verdient oder irgendwas in der Art. Erhaltet eure Rewards und vielleicht können wir dann später in Q3 2022 auch davon profitieren. 4 2022 ist dann auch geplant eben, dass man eigene Wallets integrieren kann. Das Ganze soll dann eben logischerweise auch auf einer Blockchain laufen. Man möchte hier ein Metaverse bilden und ich glaube, das Ganze hat wirklich Potenzial. Ich finde es, wie erwähnt, richtig cool. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video. Pusht den Algo von mich, Leute, und lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Ihr unterstützt meinen Kanal damit sehr. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könntest ihr mir natürlich immer in die Kommentare schreiben, aber auch via Discord. Kommt gerne in meinen kostenlosen Discord. Betauscht uns hier über die verschiedensten NFT-Projekte aus. Das Ganze ist kostenlos. Also schaut es euch gerne einfach mal an. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.